das sind meine probleme wenn ich bilder machen will ich setze die welpen dort hinten hin lauf hier her und schon sind die babys wieder bei meinen füßen und hier bilder machen ist nicht so optimal die perspektive stimmt einfach nicht der bobby so ich habe das rotlicht wieder ausgemacht weil zum einen mit filmen ist es nicht so optimal und zum anderen sie sollen sich ja an die kälteren temperaturen hier draußen gewöhnen aber das war hervorragender trick dass es sich dahin ein bisschen zusammenrotten dass ich sie alle im bild habe ja nicht alle aber auch das ist ja völlig in ordnung dass sie im garten rummarschieren hallo pp valentin ist ein unsteter geist so es hat gehoopt das heißt päckchen dienst kommt hallo froni und der paddy Ja, und die Marlina, ganz weit weggewandert. Die Marlina, ganz weit weggewandert. Da werde ich nachher aus allen Ecken des Gartens Welpen zusammensuchen dürfen. Hallo Rufio. Und der Sascha. Pepe, du kannst nicht in den Wagen reinspringen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube, der Marlina ist gut. Mir auch. Irgendwer ist gerade in meiner Jacke da hochgesprungen. Wahrscheinlich die Sunny. Pepe versucht immer noch in den Wagen zu kommen. Pepe, du kannst nicht in den Wagen reinspringen. 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 So, ich denke, das wird für heute reichen und dann gehen wir wieder rein.